Ich möchte gerne neue Stimmen kennen, deshalb bemühe ich mich auch darum, verschiedene Autorinnen und Autoren zu lesen. Momentan lese ich ganz gerne Elif Schafak und Siegfried Lenz. Ich setze mich dafür ein, dass im Studium mehr Autorinnen gelesen werden und dass die Studierenden auch unipolitisch gut vertreten sind und ihre Stimmen gehört werden. Literaturwissenschaft bedeutet mir genau hinzuschauen, auch neue Stimmen kennenzulernen, mich auf neue Themen auch einzulassen und meinen Horizont so zu erweitern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020